Niedersachsen möchte seine Gastronomie öffnen. Ab dem 11. Mai soll die Gastronomie mit der Hälfte der Plätze, die normalerweise angeboten werden, wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Dafür wird ein eigener 5-Stufen-Plan in die Wege geleitet. Für mich nicht nachvollziehbar ist, warum nunmehr die Abstandsgebote nicht mehr gelten sollen. Stattdessen wird pauschal nur die Hälfte verlangt, ohne auf die besonderen Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen. Ein weiteres Risiko, auch wenn es gut ist und wünschenswert und hoffentlich als Beispiel für alle Bundesländer gilt, dass endlich die Gastronomie auch wieder ins Leben zurückfinden kann. Ich werde jedenfalls weiter berichten. Für Aktivinos, euer Michael Langhans.